Und ja meine Buben, moin moin und servus, wir sind wieder hier in Fortnite auf der Switch und ja meine Freunde, wird es morgen eventuell den Start geben vom Fortnite Mairs Event, vom großen Halloween Event von Fortnite. Brüder, es gibt Hinweise, dass uns morgen der Start davon bevorsteht. Fortnite Russland hat einiges geleakt oder selbst, ich sag mal, öffentlich gemacht, aus Versehen und das gucken wir uns heute an. In diesem Sinne lassen Sie gerne jetzt einen Daumen nach oben da, wenn es Ihnen gefallen sollte und abonnieren Sie gerne rein für die Kicks. Hier noch ein ehriges Geschenk. Ich weiß leider nicht von wem, da hier diese, ja, Epic Games ID steht anstelle des Namens. Entschuldigung, dass ich jetzt so an der Stelle nicht auf den Namen kommen kann. Schreib mir auf Discord bitte oder auf dem Medium, wo du mit mir schreibst und sag, yo, ich bin das. Okay, also, einmal kurz der Aufruf, EE7824, weiß Bescheid, meld dich. Danke dafür, Mann. Es geht um genau dieses Fenster hier. Dieses Fenster hat uns Hinweise darauf gegeben, dass es morgen oder, also wirklich im besten Falle morgen, ein Update gibt mit dem Fortnite Mairs Event. Und es stand dabei sogar noch einiges mehr. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr Fortnite auf Russisch spielt, ist diese Neuigkeitenbar hier, ich sag mal, mit, ich sag mal, wirklich einigen Hinweisen und auch wirklich eins zu eins Beschreibungen, was uns erwarten wird. Ja, wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sehen wir, dass auf Deutsch zumindest nichts Wichtiges steht. Grabräuber spinnt ein klebriges Netz, dies, das. Aber wie gesagt, auf der russischen Neuigkeiten-Seite stand was anderes. Und, äh, auf der Kreativ-Seite auf Russisch, na, wenn wir jetzt mal hier in den Kreativ-Modus switchen und uns mal angucken, was hier steht. Gut, steht hier das Gleiche. Ähm, aber auf Russisch haben wir was komplett anderes. Das klingt erstmal verwirrend und so, aber ich werd's euch jetzt, ich werd's euch jetzt anhand dessen hier zeigen. Also, äh, es wurde aufgedeckt, dass, äh, wie gesagt, äh, der russische Newsfeed von Fortnite aus Versehen, äh, geupdatet worden ist auf dem Text. Fortnite-Mers, die Rache des Midas, meine Freunde. Midas scheint zurückzukehren und, äh, das wird, wie gesagt, bedeuten, jo, in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar morgen, das große Update und auch das Event, der Start. Und, äh, da haben sich einige halt eben hier diese Bilder rausgepickt. Ja, diese Newsfeed-Bilder. Äh, ich kann mal ganz kurz hier meine Cam ausmachen. Vielleicht gibt es hier einige russische Ehrenbrüder, die das übersetzen können oder so. Einmal ganz kurz, hm, so, ja. Das ist zumindest die Hauptseite auf Russisch und das hier ist die Kreativseite. Ja, Hauptseite, Kreativseite. Und man sieht es hier unten ja auch schon, wisst ihr? Fortnite und das wird halt, also das, das K-O-W, wie es für mich aussieht, wird wahrscheinlich bedeuten Fortnite-Mers. Und unten steht irgendwas mit Midas. Warum das so ist, das gucken wir uns an, denn das hat ein Deutscher sogar schon übersetzt, auf Ehre. Und das ist der, äh, gute Krimer gewesen. Sieht jetzt nicht, äh, unfassbar krass gemacht aus, aber der Punkt hier ist einfach nur folgender. Ähm, Fortnite-Nightmares, ja, Fortnite-Mers und Midas-Rache. Und unten in diesem kleinen gelben Fenster ist so eine Nachricht von wegen, machen sie sich vertraut. Machen sie sich vertraut. Ja, äh, genau. Das ist so das Ding. Das sind alle Infos, die wir momentan haben. Also, Fortnite-Russland hat wohl anscheinend aus Versehen, äh, auf den Leakhammer, äh, hoch zurückgegriffen. Und haben quasi schon selber angekündigt, was bei uns in Fortnite passieren wird. Einen Tag vorher schon, krass. Also, ob es morgen tatsächlich dann ein Update geben wird, werden wir sehen. Ich bin mal zuversichtlich, denn, naja, das, was wir da gesehen haben, also, es kam ja von Fortnite-Russland selbst. Das ist legit. Und, äh, bei der Rache des Midas, das klingt halt ein bisschen komisch, ne? So, was hat das mit Midas zu bedeuten? Wird der etwa zurückkehren? Und, äh, wird der sich an bestimmte Leute rächen? Außerdem, warte mal, ich hab das komplett vergessen, ja, ähm, zu erwähnen. Es geht nämlich auch noch um ein Party-Royale-Event. Es wurde ja vor ein paar Tagen angekündigt. Am 31. Oktober, eben an Halloween, gibt es ja so ein Fortnite-Party-Royale-Event mit J Balvin. Und, ähm, wenn man eben daran teilnimmt, es, es, es hieß irgendwie hier, ähm, er war ein paar Jahrhunderte früher, als erwartet, zur Party erschienen. Besitzer von Dancefloor Soldier-Besitzern, äh, werden, äh, welche teilnehmen an dieser, äh, Nightmare-Party-Royale. Am 31. Oktober, äh, bekommt man einen exklusiven J Balvin-Stil. Und ich dachte mir jetzt, was hat dieses Dancefloor-Soldat zu bedeuten? Oder Dancefloor Soldier? Ist das eine Anspielung an diese Plastik-Soldaten? Oder ist das Midas? Ich bin mir gar nicht sicher, was, was diese Übersetzung hier zu bedeuten hat. Einmal ganz kurz, ich zeig's euch nochmal. Äh, es wurde quasi auch übersetzt aus, äh, diesem Text hier, ja, aus dem Haupttext. Das ist der Party-Royale-Text, ja. Er ist ein paar Jahrhunderte zu spät, äh, äh, oder zu früh gekommen, als erwartet. Und Dancefloor Soldier, wer auch immer das sein soll, ist das Midas? Wer, ey, ich weiß es nicht, Jungs. Schreiben Sie's in die Comments, wenn Sie's wissen. Und da bin ich mit meinem Latein komplett am Ende. Aber das sind zumindest alle jetzigen Informationen. Die Rache des Midas wird erscheinen. Und es wird sehr lecker schmecken. Lassen Sie gerne einen Daumen da oben da, wenn's Ihnen gefallen hat. Und abonnieren Sie gerne rein für die Kicks. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Rocket League Ghostbusters Event. Denn da gibt es auch schon jetzt, heute um 18 Uhr, die neuen Halloween-Challenges. Lecker.